Hi, also gute Neuigkeiten gibt es jetzt auch von Seiten Partnerschaft und Vertrieb bei uns. Wir haben uns erfahren, dass wir beim Facebook Accelerator Programm teilnehmen dürfen. Wir sind jetzt ausgewählt worden und haben da jetzt Zugriff auf ein Ingenieursteam von Facebook. Das heißt, wir würden da zusammen mit ein paar Ingenieuren weiter in unseren Funktionen arbeiten. Da wird dann auch wirklich ein Plan ausgearbeitet, was wir dann so in den nächsten Monaten an Meilenstein erreichen möchten. Das Wichtigste von allem ist aber wirklich das, dass wir Zugriff bekommen auf neue Werbefunktionen von Facebook. Da kommt also wirklich einiges Interessantes noch für uns und dann auch für unsere Kunden, worauf wir uns jetzt echt freuen, dass wir das dann in unserem Produkt bald mit drin haben werden. Das Ganze beginnt also jetzt. Wir haben dann diese Woche auch den ersten Call mit den Facebook-Mitarbeitern. Wir freuen uns drauf. Bis bald!